Wie wird man besser? Natürlich mit der Praxis, mit der Übung. Und darum habe ich auch im letzten Sätzle geschrieben, Liebes Kind, das Malbuch ist nun zu Ende und mit bunten Buchstaben voll. Übe stets weiter und fleißig um die Hände und immer einmal mehr als das soll. Ja, also das ist so, wenn man ja eine Übung macht, dann mach eins mehr, weil das stärkt nicht nur den Willen, sondern es macht wirklich tatsächlich besser. Und das soll, das ist schon so das Minimum, aber wenn man schon früh übt, einen Schritt mehr zu tun, im Sinne von noch einmal und noch einmal und eins mehr, dann stärkt man seinen Willen und der Wille und das Tun bringt einen dann zum Erfolg. Zum Persönlichen, nicht für andere. Ganz wichtig. Bis zum nächsten Video.